Hi, ich bin der Marco vom Autohaus Sieber und heute zeige ich euch mal eine echte Seltenheit bei uns im Hof. Wir haben hier ein Simmer BMW Hybrid mit 4,4 Liter und einem V8 Motor mit 449 PS. Das geile an dem Fahrzeug ist, du hast Luxus ohne Ende, typisch beim Simmer BMW. Aber hier hast du wirklich links, rechts, vorne, hinten überall Kameras. Es ist alles elektrisch. Das Lenkrad fährt elektrisch auf und ab, die Rollos seitlich und hinten, damit quasi auch die hinteren Passagiere von der Sonne geschützt sind, fahren alle elektrisch rauf und runter. Wir haben von der Innenausstattung her ein Head-Up-Display, ein Navigationssystem, ein Klimaautomatiker, Sitzheizung und jetzt schaut euch die Optik an. Wunderschön, perfekt passend zu dem Alpin-Weiß, auch mit so Holzoptik, finde ich passt optisch richtig, richtig gut zu dem Fahrzeug. Falls ihr Interesse habt, kommt gerne vorbei, macht eine Probefahrt, wir freuen uns.